Äh, ich hab ne Blume gegessen. Okay. Äh, ich hab, ich glaube, ich hab ne Blume gegessen. Wie viel Uhr ist es? Es ist schon wieder 5. Ist es sonst niemand? Da kann man rein. Schauen wir mal. Okay. Eine riesige Villa. Fuck. Äh, hi. Wie geht's dir? Mein Name ist Gina. Du musst Mr. Spike sein. Ist eine Ehre, äh, für mich. Mr. Okay. Kleider, Kleider, Kleider. Genau, ja. Ich werd hier mit Mr. und Sir und Blumby. Okay. Das ist sehr gut. Privatraum. Geh mal nicht rein. Okay. Kamer hier drüben. Ist versperrt. Da gehen wir halt wieder. Ich merk schon, wenn ich nicht willkommen bin. Äh, es sieht, äh, schön und, äh, sauber aus, das Wasser. Ist auch versperrt. Ah, die Kamera ist definitiv nicht mein Freund in diesem Spiel. Von, ah. Licht. Ah. Oh, warum macht man sowas? Ah, dich kenn ich schon. Du warst Tim. Jetzt hat die Musik aufgehört, weil es wahrscheinlich, weil es abends ist. Oh. Äh, hier wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte eigentlich heim. Ich versuche jetzt erstmal heimzukommen. Was ich mir auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, es ist ein sehr langsames Spiel. Es ist ein sehr, 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 sehr langsames, träges Harvest Moon. Was nicht unbedingt mein Geschmack ist. Ich mag's, du träge Harvest Moon nicht. Ich mag's lieber, wenn die ein bisschen, die dürfen ruhig mal ein bisschen, ein bisschen schneller sein. Wo geht's zu meiner Farm? Links oder rechts? Kein Pfeil, kein Gans. Ich sag jetzt einfach mal, äh, dass es rechts zu mir geht. Das sieht sogar gut aus. Okay. Ähm, Hacke. Äh. Hier. Jawoll. Batterie ist leer. Nein. Was war das? Ich hab einen blauen Stein gefunden. Kann ich den... Äh. Muss ich den... Ich muss den wohl... Oh, ich muss den wirklich so... Oh, das ist nicht gut. Ich kann den anders gar nicht einlagern, okay. So. Das sind doch nochmal Kartoffeln. Hier nehmen wir mal hier. Zack, wunderbar. Und nochmal. So, das ist dann der Mais. Zack. Jawoll. Und... Nochmal. So. Gießen. Sehr schön. So. Was mir halt nicht gefällt, ist... Willst du mir sagen, dass das Gesicht, das da vorher zu sehen war, dass das heißt, dass es mir gut geht? Das sah aus, als ob ich kurz vorm Sterben bin. Okay. Wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Kann ich irgendwie nur nachschauen, was das hier war? Äh. Very Berry. Restores Energy. Can be sold. Okay. Äh. Sehr selten. Oh. Für einen sehr guten Preis. Oh. Äh. Okay. Habe ich da das Glück gehabt? Einfach. Diary. Äh. Diary. Ah. Da kann man speichern. Will be safe. Das ist okay. Ja, ja. Ist okay. Ja. Mach ein neues. Ich habe versucht, meine Memory Card aus der Playstation 2 nicht zu entfernen. Sehr gut. Was? Oh. Er hat jetzt automatisch gesch- Als ob. Schaut euch doch mal dieses Smiley an. Das sieht nicht so aus, als ob es dem gut gehen würde. Gott. Das sieht gar nicht so aus, als ob es dem gut gehen würde. Überhaupt nicht. Ich würde mal sagen, ich schaue jetzt mal kurz nach, wie es denn, ähm, ähm, äh, was denn meine holden Damen gesagt haben, ob sie vielleicht nicht dabei sein wollen. Und dann sehen wir uns hier einfach gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Äh, meine Damen haben leider keine Zeit. Leider, leider, leider. Ähm, ich habe aber was Interessantes entdeckt. Ich habe nämlich vergessen, auf Start zu drücken. Und in einem Haus vergeht die Zeit nicht. Ist interessant zu wissen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu wissen. So. Dann würde ich mal sagen. Einmal gießen. Zack. Yes. Jawohl. So. Alles gießen. Unsere Pflanzen sollen ja groß und stark werden. Wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon wieder gehen. Wir haben ja hier dann nichts mehr zu suchen. Ähm, ich will mal was ausprobieren. Ah, okay. Ich kann die Bäre als Futter nehmen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir. Ähm. Ja, und dann, äh, schauen wir halt einfach mal, ob. Ob ein Hund kommt. Oder nicht. So, hi. Ah, dich kenne ich schon, oder? Ja, dich kenne ich schon. Na ja, guten Morgen, Sir. Oh, Sir. Ah, ich glaube, ich mag dich. Sie redet mich mit Sir an. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Ich will auch schnell zu dieser anderen Farben, um da mal einen Nebenjob zu machen. Das wäre nämlich auch ganz cool. Oh. Das mit dem Einlagern ist blöd, dass man das nicht mit einem Shortcut machen kann. Doch, auf R1. Auf R1. Ah. Alles klar. So, dich. Dich kenne ich schon, ja. Ja, bla, bla, bla. So, haben wir hier noch vielleicht... Yeah, Blumen. Ups. So. Äh, dich kenne ich doch auch schon, oder? Ja, guten Morgen. Genau, du bist Kurt. Ah, du kommst mir nicht bekannt vor. Äh. Kannst unmöglich Urlaub hier machen. Ah, bist also der neue Farmer von dem... Das ist also der Sohn, der Enkel von dem alten Farmer. Jetzt. Bist du, um sein Zeug aufzusammeln? Äh, ich bin Joey. Äh, übrigens, ich bin Joey, ja. Ich glaube nicht, dass wir uns für eine lange Zeit kennen werden, aber... Es ist schön, dich kennenzulernen. Ihr seid alle sehr depressiv hier, kann das sein? Wer bist du? Was willst du? Ach so. Du bist sein... Du bist dein Enkel. Es ist zu spät, um hierher zu kommen, hier zu leben. Äh. Du siehst, weißt du, diese Stadt wird bald Geschichte sein. Ja, wegen dem Themenpark. Hat ja alles eine sehr düstere Stimmung. Hm. Open early, closed on... Was? Okay, ich kann auch gar nicht rein. Gut, ist okay. Kann ich das mitnehmen? Einfach mal Gras mitnehmen, okay. So, wo geht's denn hier lang? Ähm. Oh, hier sind wir am See. Oh, wer bist du? Hi. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist... Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich bin ein Pflanzenjäger. Äh. Mein Job ist es, nach Pflanzen und Samen Ausschau zu halten. Kann man in dem Spiel heiraten? Wo ist man gerade so kommt? Oh, oh, eine Sequenz oder wat? Spike. Ah. Hi. Hier drüben, hier drüben. Die Antigöttin ist hier. Ähm. Wenn immer du dich, äh, einsam fühlst oder Probleme hast, komm hierher und rede mit der Göttin. Also erzählen wir dir mal kurz, wie du die Göttin herbeibeschwörst oder herbeirufst. Irgendwas, das du bei dir hast, musst du erstmal opfern. Du musst eine Opfergabe darbringen. Wie zum Beispiel, äh, Blumen oder Beeren. Äh, verwende den X-Knopf, äh, um Sachen aufzuheben oder sie wegzuwerfen. Das hab ich vor... Das hab ich herausgefunden, bevor du es mir gesagt hast. Ha! Entschuldigung. Was kann ich für dich tun? Hallo Göttin! Oh, Spike! Ähm, kann man... Hast du eine gute Idee dabei? Bist du hergekommen wegen einer guten Idee? Bitte arbeite mit den Bewohnern zusammen und er rette die Stadt. Um mit ihnen, äh, Freundschaft zu schließen, sei einfach, äh, assertive. Offen sage ich jetzt einfach mal und rede mit ihnen. Es ist auch gut, ihnen etwas zu schenken. Äh, mal nebenbei erwähnt. Ich mag Gemüse. Viel Glück! Ihr... Alle müssen zusammenarbeiten. Also, wenn du ein Problem hast, äh, komm vorbei. Allerdings ist es untertags für mich eine bessere Zeit. Tut less. Ich sag jetzt einfach mal, es heißt ciao. Wir gehen auch. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Wiederschön. Tschö. Fantastisch. Oh, das ist ein Hund. Und hier sind auch ein... Sind das auch so Blumen, die ich mitnehmen kann? Kann ich das eigentlich alles verkaufen? Halt, tschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht. So. Aha. Hi. Nehmen wir mal mit. So, alles mitnehmen. Ich schätze mal, das hier kann ich da noch nicht ernten, oder? Ne, kann ich nur nicht. So. Hi. Ich wollte den Hund nicht gießen. Ich will mal was ausprobieren. Äh, wo ist er? Hallo? Hier? Arschloch. Ich wollte ihm was zum Fressen geben. Entschuldigung. Ich hab gemeint, das geht vielleicht. Wir wollen ja nett sein. So. Wie viel Uhr ist es? Ah, schon wieder zwei. Wird schon wieder nichts mit meinen, ähm... Mit der Aushilfe. Kann ich schon wieder nicht Aushilfe machen. Aber ich will sowieso noch versuchen... ...diesen blauen Stein zu verkaufen, den ich gefunden hab. Dich kenn ich schon, gell? Ah, genau. Das wird ein langes Spiel. Sonne... Oh, ein Kaffee. Hi, ich hab dich noch nie zuvor gesehen. Oh, du musst Tonys Enkel sein. Äh, arbeitest du auf deiner Farm? Ah, ich verstehe. Also, wie ist der Name? Wie alt bist du? Woher kommst du? Ah, du bist also Spike. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Katie und, äh... Ich bin 16 Jahre alt. Ist das jetzt zu jung, oder...? Ich weiß ja nicht, wie alt ich bin. Entschuldigung. Darf ich mich jetzt an die ranmachen? Ich weiß es nicht. Wie alt bin ich? Nicht, dass es dann irgendwie... Und da... Ihr wisst schon? Oh, naja. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ich bin Wallace. Ja, ich betreibe hier das Café und die Bar. So, also, woher kommst du? Ah, ich verstehe schon. Du bist hier wegen der Farm von deinem Opa. Ne? Du bist also Tonys Enkel, ne? Ah, gut, viel Glück, ne? Okay. Den Typ kenn ich schon. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr gut. Ich hab, ähm... Leichte Probleme damit, dass es Englisch ist. Aber ich denke mal, es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Es ist jetzt nicht, äh... Es sind jetzt zum Glück nicht die... Größten Englischkenntnisse... Von nöten. Es ist schon vier. Ich würde ganz gerne noch, ähm... Ich würde ganz gerne noch den blauen Stein verkaufen. Aber wo? Und ich würde ganz gerne noch mehr Saatgut kaufen. Mit dem Geld, das ich dann... eben verdiene. Ich geh mal zu dem Waffenladen. Vielleicht kann ich das in dem Waffenladen verkaufen. Der war doch hier, oder? Ja, da. Zugesperrt. Bis sechs... Oh, ist es schon... Hast du mittwochs geschlossen? Ja. Und du? Du hast auch mittwochs geschlossen! Nein, du machst um fünf schon zu. Okay. Ah, das Einzige, was mich bis jetzt ein bisschen stört, mir wird nicht auf dem Bildschirm direkt angezeigt, wie viel Uhr es ist. Das stört mich durchaus sehr, sehr stark. Aber... Es ist okay. Wir überleben es. Es ist okay. Kann ich... Hier kann ich nur nichts machen. Okay. Hund ist auch noch keiner vorbeigekommen. Äh, ich will mal meine... Meine Gießkanne so nachfüllen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir mal schlafen gehen. Sleep. So. Und ich würde sagen, ich mache wieder einen kleinen Schnitt, weil... Ich habe jetzt noch was Spezielles zum Trinken. Bis gleich. Hi. So. Okay. Mach mal weiter. Fantastisch. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr, sehr gut. Das Spiel gefällt mir... Hi. Ah, okay. Warte mal. Warte mal. Ich kriege das denn. Ich will mich nämlich an die... Hier daran gewinnen. So. Legt das da rein. Sehr gut. Du darfst was essen. Ein streunender Hund ist schon da. Sehr schön. Ähm. So. Ich muss sagen, auf dieses... Diese Quick... Diese Schnellausrüste-Funktion funktioniert einwandfrei. Normale Items kann man mit L1, R1 ganz schnell wechseln. Und Waffen kann man mit R2, L2 ganz schnell wechseln. Das ist super. Das ist wirklich...